Ich bin bei Dresden Sommer gestartet im Bereich Fassadenplanung, also Gebäudehülle, zu entwerfen, zu entwickeln und hier in Hamburg habe ich das aufgebaut. Da bin ich sozusagen der Kopf und sehe zu, dass wir ganz gut zusammen arbeiten können. Also Soft Skills, finde ich, sollte man auf jeden Fall ein Teamplayer sein. Offen und die Motivation daraus ziehen, dass man selber viel machen kann hier. Im Grunde genommen ist man hier richtig, wenn man sagt, ich habe Lust, was zu machen, die Leitplanken sind weit gesteckt, leg los. Was die Skills für das Doing betrifft, ist natürlich so, dass wir sehr vielschichtig sind. Wir haben im Grunde genommen TGA-Leute, wir haben Tragwerksplaner, wir haben Architekten, wir haben irgendwie Leute, die Gebäudehülle planen, Baufysiker. Die haben unterschiedliche Bereiche, die sie abdecken können müssen. Ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man die Bereitschaft dazu hat, diesen Weg der Digitalisierung mitzugehen. Und Humor, das ist total wichtig. Das höre ich nicht auf zu sagen, weil manche mich da immer schief angucken, aber ich sage immer, Leute, mit einer Portion Humor kriegen wir ganz viel gelöst.